Musik Das Seminar richtet sich an alle, die etwas mit der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und automatisiertes Fahren zu tun haben. Ob Sensorik, Software, Funktion oder Aktorik. Ob Fahrversuch, Messtechnik oder Simulation. Ob Entwickler oder Projektmanager. Die bisherigen Teilnehmer waren begeistert. Wir versprechen, Sie werden es auch sein. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020